Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Survival Games, nein, die Hunger Games, Survival Games. Neben mir steht der Alla Freak und der Nico Planks. So, jetzt geht hier direkt weiter, das ist direkt nach meiner Endegames Runde, die nicht so erfolgreich war. Leider, da ist der Mr. Tentaculous. So, und in 10 Sekunden geht es ja auch schon los. Wir schauen einfach mal, welche Map ist das überhaupt? I like a cast, achso die neue, mit diesem Panzermap, also die, die Brutalo. Ja, sehr nice, sehr nice. Einfach mal nix bekommen, du Arsch. Schauen wir erstmal hier rein. Alles angeklickt, nix gekriegt, alles nicht gekriegt. So, zack. Schutzzeit ist schon zu Ende. Auf zu den Booten. Ich werde schon verfolgt. Okay, wir müssen erstmal jetzt hier drauf und hier müssen wir eine Kiste finden. Kann ja nicht anders sein. Die sind schon offen? Nein, nein, die sind offen. Ist ja, das kann ich da rausschlagen, das wäre geil gewesen. Wieso sind hier denn keine Kisten? Ja, einmal hin. Eine Angelrot. Ja, nice, nice, nice. Wir machen mal Foldars voraus hier. Da kommen sie schon. Das ist doch ein Team. Das ist doch ein Team. Die teamen sich doch hier ab, um mich zu besiegen. Das gilt doch nicht. Nee, nee, nee. So läuft das hier nicht. Ich werde fliehen. Aber er interessiert sich eh nicht dafür. Dabei bin ich immer noch naked. Naja, schauen wir mal. Sieht momentan halt nicht gut aus. Ich will direkt was vor der Nachwuchs, was ich doch wissen. Naja, soll er sich mal ranhalten, ne? Bin schon über alle Berge. Kann man machen. Chase me down. Da oben ist ein Kiste. Wie komm ich da nur hin? Dafür müsste ich auf das Gebäude rauf und das krieg ich nicht hin. Du, 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 du. Ich werde verfolgt. Dann, du, 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 bist ja. ich glaube der kommt da nicht rein der Mr. Salamander soll er mich halt bekämpfen es muss noch einen anderen Ausgang geben verhungert da mein Jungen Risky Business hat mich verfolgt und hat nicht gewartet was da los was da los da rein ist das selbe Gebäude es gab doch einen anderen Ausgang fuckery fuck mhm Kuchen mhm da liegt was süßes was brennen die Leute hier es sind die Hunger Games und ich hab gar nichts es sind die Hunger Games und ich bin blank ich habe keine Kiste gefunden ich hab somit kein Schwert in meinem Schrank mhm 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 yeah Hunger Games da ist jeder einer von den Hunger Games und wir haben auch mal Stuff jetzt geht los begreifen an oh yeah hier kommen die Hunger Games komm doch Mr. Eisen Mr. Ironing Gott aber am teamt ich bin nicht allein der hat eine komplette Eisenrüstung an hat eine Eisenhacke in der Hand will mich umbringen kann er nicht bin zu schnell da da hier kommt Enderman ähm so wir brauchen eine Kiste eine richtig geheime Geheimkiste die so geheim ist dass sie einfach noch keiner gefunden hat wo der Stuff drin ist den ich brauche äh ich bin nicht der Dritte den ihr sucht Leute so und da oben ist bestimmt der Stuff wo man runter fallen kann da versteckt man immer den Stuff und zack bin ich schon mal runter gefallen so das war Warm Up zack 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 und oben was finden wir jetzt hier für Mist no Entry für die Crew oder was jawohl hier war sogar noch einer hier war noch keiner einer nicht mal meiner einer so jetzt haben wir die Boots wir haben die Boots gib mir die Boots hm war sogar hat sich sogar gelohnt kann man machen guck ich auch was hallo ah beste du weißt yo uh das ist doch auf der anderen Seite nicht oder Tricky D doch Tricky D Tricky D Tricky D ok wir haben überlebt wir sind hier hoch gekommen also kommen wir wieder runter was ist los Arena Battle auf den stopp Team 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 Nein ahhh G bis gleich wir machen noch einen wir bringen hier eiskalt wir bringen eiskalt noch einen aber wir waren im Rennen Ich würde eigentlich mit dem Low-Equipten-Team Seinen Fett-Equipten verprügeln Und der eine hatte nur Leder an Der hätte einfach Hauen Wir hätten sogar echt die Chancen gehabt Hier geht es ja schon direkt los Oh, yo, richtig nice Was machst du da, was machst du da Ich mache dir alles kaputt Hallo Alter Schwede bist du hässlich Crankhead-Hässlige In 10 Sekunden geht es los Der Crankhead Ist ein Film Ich wollte keine bösen Fehler Okay, diesen Web kenne ich Big City Life hier Ach, ja, den Web kenne ich sogar wirklich Mann, ich war gerade Dritter geworden Dritter, ich bin der Held der Reine Ach, das ist wohl besser, muss man hochklettern über die Ranken Gibt es da sonst keinen anderen Weg Das heißt, die anderen hauen alle ab Aber ich gehe rein, ich gehe rein, Leute Geht mal weg hier, Phil Frass Und let's bubble Bubule No, bubule 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 Und ab geht die Lufart Leider kein Huntsman Leider kein Huntsman Man kann auch die Dinger einfach kaputt hauen So awesome Aber wir haben eine Angel und ein bisschen Fleisch Damit geht das Ganze klar Und wir gehen hier zur megagroßen Kathedrale Warum kann man da nur runtergehen? Warum sollte das ein Widerfahren? Wie komme ich jetzt darüber? Das geht ja gar nicht klar Jetzt bin ich ja auf dem Franzosenweg The Franzman Dann gehen wir zu diesem Haus Und holen das Beste aus ihm raus Das Luftschiff sieht auch geil aus Ich finde die Map allgemein sehr nice An alle R-Bauer Super gemacht Ich wollte jetzt gerade mit F das Flashlight anmachen Habt ihr mich aber dran gekriegt Ich möchte singen Ein Lied vom Mund Wo keiner wohnt Was haben wir hier? Chester Wir haben ein Sword Do you like my sword? So wir haben ein Schwert Und eine Erdhaufen Der Erdhaufen Der hat sogar auch noch was für uns drin So die nehmen wir mit Ich hätte jetzt noch einen Bogen Weil mit 19 Arrows Kann man schon wen verhauen Aber ich habe leider noch kein Oh Gott Oh Gott Was ist da los? Was ist da los? Bap Schönen Dallheim, Junge Schönen Dallheim, Junge Du kommst hier nicht vorbei Ich weiß, dass du unbewaffnet warst Das ist ja kein Wunschkonzert Und die Hungerspiele Jeder leidet still Kommen sie schon Dann strickin wir hier rum Adios Dann hat mich aber gut erwischt Ich ihn aber auch Und jetzt freien wir uns erstmal Nicht schlecht von Tricky D hier Oh nein Oh nein Ich bin tot, oder? Kann ich hier irgendwas abbauen? Nein Ich bin tot Ich kann jetzt nur noch auf P Ah nein Ich bin nicht tot Dankeschön Sehr friendly Hosen hatte ich auch noch nicht an Gib sie mir Jetzt muss ich mich heilen Also muss ich einfach warten Ich möchte singen Ich wollte eigentlich mit der Angel Darunter schubsen Er springt einfach Und schlägt mich nieder So Wo ist denn hier was? Wo sind die Kisten Mit dem geilen Inhalt Ich muss wen töten Ich muss wen killen Danach können wir auch ein bisschen Fleisch grillen Yes Jojo dat Nehmen wir Wir haben wieder gebratenes Fleisch Wir sind wieder fast fully loaded Kann man machen Yes Einen Bogen haben wir gefunden Genau den habe ich gesucht Mit dem Holzschwert Holz Wir haben 19 Pfeile Einen Iron Helm Einen Kackschwert Und wer hat man droht Egal Wir können den Ranger Obwohl die ist leer Freuen wir uns alle Und die ist auch leer Wund Kompress Ist gar nicht so schlecht Ich glaube ich Das kann man machen Nimm erstmal das rohe Fleisch raus Da in die Richtung soll er sein Okay Down for the hunt Was hier? Kompadre Ich sehe dich Drei Leute Team Deathmatch Mister Eisenhacke Mister Eisenhacke Oh, we're nice, we're nice. Fuckin' nice work, würd' ich sagen. Ich möchte singen, ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt, ich möchte springen und dabei singen, da war die Scheiße, die ich haben wollte, yeah, das wollte ich. Ach, Mist, ich hab's einfach nicht mehr geschafft, den ganzen Kram zu looten, aber das war ein richtig geiler Kampf, boah, ich komm einfach, da war so viel Loot auf, aber was bin ich denn, was ist denn das? Ich bin ein Geist. So, das war super witzig, ey, das hat richtig Spaß gemacht heute, dieser Kampf hier am Ende war saugeil mit der Angel und auch wenn ich da hätte schneller weggehen müssen oder mich erstmal hochheilen müssen, ich weiß, das war ein Mistake, much Mistakes, nächste Mal wird's besser, bleibt dran, wenn ich weiter mit Minecraft mache, bis dahin, toodaloo und schau dir wieder.